Okay, wir haben keine Luft mehr gekriegt, der hat uns also so lange eingequetscht. So viel, dass ich mit dem Zähl nicht nachkomme. Boah, ey. Was, was, was ist denn hier? Wow, wow, wow. Wie siehst du überhaupt aus, dass du mit mir reden darfst, ey. Sieh aus wie eine Box, sieh aus wie ein großes Buch, was der da hat. Oh, ich mag die Augen. Führen Sie ihn nicht an. Und ihr gefallen mir auch. Seine nicht. Sie sind bereits kaputt. Ein Jammer. Was zum Geier? Ich muss was, was. Captain Blazkowicz. Helfen Sie bei der Entscheidung. Was, 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 was soll ich? Welcher der beiden Probanden ist wohl am besten geeignet für meine Forschung? Äh. Ich habe keinen Platz für Testobjekte. Falls Sie also meine Bitte ablehnen, müsste ich beide zerlegen. Das würde den ganzen Tag dauern. Ich mach's Ihnen lang. Alles, was Sie tun müssen, ist denjenigen anzusehen, den ich sezieren soll. Oh, was? Was? Nur zu, Captain. Treffen Sie eine Wahl für mich. Warte, war er da nicht der immer durchdrehte? Äh. Wirklich? Diesen? Ich hätte ja den anderen gewählt. Aber ich folge Ihrer Entscheidung. Tut mir leid, Alter. Das... Ich... Ich... Ich bin... Okay, Pesca. Es ist Krieg. Menschen sterben. Meine Zeit ist um. Junge, halt Totenscheiß. Und wir mussten die... Und der erteilte mir eine Lektion. Entscheidung für... Oh, Mann. Verstümmelt und gefolgerte Menschen. Und man sieht den Hass wieder langsam bei ihm hochkommt. Aber solche Grausamkeit ist jetzt noch nicht. Bis wir zählen. Einatmen. Bis wir zählen. Rausatmen. Genau. Oh, Schweinerei, ey. Äfti, was hat er jetzt gemacht mit ihm? Jetzt lässt er es trotzdem verrecken. Warum wird er uns da noch nebenlassen soll? Du nicht. Du bleibst hier. Äh. Auf Wiedersehen. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Du lässt den Kumpel in Ruhe. Das sag ich dir. Dem brauche ich noch. Denn ich sonst... Wir müssen die Düsen des Verbrennungsofens zerstören. Nehmen Sie die Stange. Zertrümmern Sie sie. Oh. Okay. ok wie funktioniert das jetzt ich will ja ich bin schon Ah! What the fuck? Hier fliegt. Achtung, da kommt was. Oh, das tat weh. Ui, 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 ui. Okay, wir sind wohl ohnmächtig geworden bei dem Knall an die Bethesda Softworks. An die Schläfer Präsenz. A Game B. Machine Games. Wulfensteins in New Order. Wulfensteins Okay, wir kommen ins Krankenhaus. Wir wissen immer noch nicht, wer denn es ist. Seit neun Wochen hat sich niemand nach ihm herkommt. Das würde nur alles verstehen, man. Ja, doch nicht. Und wenn das so ist, muss er in die Nerven führen. Wir können nichts tun. Denn Hirn ist beschädigt. Oh, weyer, aber Bloskowitsch. Wir hatten noch grad, was Besseres, fiel ihm jetzt auch nicht ein, außer Rühe, als zu sagen. Ich habe schon so lange auf sie gewacht. Walsch? Er ist aufgewacht. Woher weißt du das? Vertrau mir, Mutter. Ich weiß es. Denn deine Tochter hat geheimnisvolle Kräfte. Sie ist deine Tochter. Ich habe nur eine Zutat gespendet. Papa! Ja, weiß aber. Ja, da... Ich will so eine Brille haben. Ja, dreckige Fenster hat man eine gute Sicht draus. Boah, jetzt erzähl. Oh, wow. Ein seltsames Gefühl. Gefangen in meinem Körper. Unkohlheit. Ich vergeude Zeit. Die Jahreszeiten wechseln mit einem Wimpernschlag. Ich kann meine Gedanken nicht kontrollieren. Sie eilen dahin wie ein Blatt im Wind. Aber es wird besser. Eins weiß ich immerhin. Ich bin empfohlen. Ein Krankenhaus? Nein, eine Nervenklinik. Sie ist die Oberschwester. Das ist ihr Vater, dein Nervenarzt. Ihre Mutter. So eine Art von Mats Räutern. Der Laden gehört wohl Ihnen. Manchmal ist Weihnachten. Manchmal ein Geburtstag. Und manchmal lässt sich das Regime blicken. Wie an Patienten den Handschellen ab. Wie im Selbstbedienungsladen. Der Arzt ist jedes Mal außer sich, unterschreibt dann aber doch. Hat wohl keine andere Wahl. Ich bekomme es mit. Gute Menschen, aber machtlos. Ich bedanke Ihnen mein Leben. Mir geht es immer besser. Wegen ihr. Sie heißt Anja. Kümmern sich gut um mich. Um jeden hier. Sie hält den Laden zusammen. Wird längst heiraten sollen. Aber irgendwie ist das nicht passiert. Okay. Ach so, dürfen wir jetzt wieder so ein bisschen... Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Was zum Geier? Kein Grund rührselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Erst nehmen Sie uns immer die Leute weg oder die anderen Patienten. Und jetzt wollen Sie den Laden dicht machen? Nein! 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 Was geht denn bei denen ab, Mensch? Nein! Das gibt's nicht, ey. Oha! Wohin wollen die sie bringen? Ich hab jetzt... Ach scheiße, ich hab jetzt... Oh, wow, 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 wow. Oh, wir sind... Wir sind... Wir sind doch gar nicht ganz da. Oh, scheiße. Oh, nein, ey. Kaltblütig. Diese Reise sterben. Ne. Finde an, ja. Ja, ich. Ist ja gut. Oh, kacke, ey. Ja, da ist die Spülung undicht. Wow, wow, wow. Oh, wow. Oh! Oh! Ja, wo kommen die halt alle weg? Boah, okay. Okay, das müssen wir irgendwie anders angehen. Ich dachte, wir können die von da aus, das ist nicht so toll.